Ich bin Major Paul, ich bin der Fluggruppenführer in der 4. HSG 64. Wir sind die Spezialkräfte der Luftwaffe. Unser Auftrag ist es, die Spezialkräfte zu ihrem Auftrag ans Ziel zu bringen, das jederzeit weltweit. Dies ist der H145M LUH-SOF. LUH steht für Leichter-Unterstützungsumschrauber. Wir unterstützen die Spezialkräfte im kompletten Aufgabenspektrum. Arbeitstag bei uns schaut wie folgt aus. Wir kriegen als erstes unseren Auftrag, danach gehen wir dann in die Missionsplanung mit den Kommandokräften. Wenn die abgeschlossen ist, steigen wir in das Briefing ein. Dort werden alle Eventualitäten angesprochen, sodass wir die Mission durchführen können. Am Anschluss startet dann die Mission, nach dessen Abschluss wir dann in das D-Briefing einsteigen und dort versuchen aus Fehlern und Eventualitäten zu lernen. Ein Highlight ist, wenn wir es schaffen, diverse Luftfahrzeuge zusammenzubringen in einer großen Mission oder einer Formation mit zum Beispiel 10 Luftfahrzeugen zu fliegen. Darunter 4 LUHs, 2 CHs, 2 TIGA, 2 NH90. Und das mit den Kommandenkräften in einer großen Übung durchführen, das ist dann schon beeindruckend, wenn man das alles unter einen Hut bringt und funktionieren sieht. Wichtig ist, dass man eine gesetzte Persönlichkeit hat, dass man gelassen ist und dass man absolut teamwillig ist und den Willen hat, diesen Job auszuführen. Und das mit dem Spiel AF similarly st待, Friedrich von einem